Zensirion stellt Produkte her, die das tägliche Leben vereinfachen und verbessern. Und Zensirion schaut auf ihre Mitarbeiter. Die Stimmung im Team ist sehr gut. Das ist auch etwas, worauf wir sehr schauen. Und wird auch bereichsübergreifend gefördert und weiterentwickelt. Der Grund, wieso ich da bin, ist eine sehr gute familiäre Atmosphäre in der Firma. Und mich impressioniert eigentlich so, dass jeder Mitarbeiter so viel Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Unsere Haupttätigkeiten sind Bewirtschaftung von Produktionslager. Und wir sorgen dafür, dass alle Materialien für Produktion bereitstehen und buchen die Materialien, die fertig sind, im Sertiflager. Die Hierarchie ist eigentlich sehr flach bei Zensirion. Da bekommt man nicht sehr viel von Vorgesetzten in dem Sinne, sondern wir schauen zusammen, dass wir Probleme lösen können. Zensirion ist für mich sicher mitarbeiterorientiert, zukunftstrieben und hat extrem spannende Produkte, auch je Zukunft. Am meisten Spass macht mir die ganze Vielfalt. Wir haben mit der Planung zu tun, mit dem Einkauf zu tun, mit dem Prozess zu tun. Gepaart mit der ganzen Logistik, das ist eigentlich das, was mich heute immer noch fasziniert.